jo was geht ab liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von titanfall 2 so es geht weiter so ich nehme mal kurz was neues so was nehmen wir dann granatwerfer raketenwerfer ok wir zeigen mir mal kurz das oder abfangen und zerstören dann kümmern wir uns um die restlichen milizeinheiten reaper nähern sich ist das so wir nehmen Truppen, Kontrollraum abriegeln, Bedrohungen geordnet Abbezügelung läuft, wir helfen von hier aus da you motherfucker wir nehmen testament www.beton.com die an Anomalie festgestellt. Möglicherweise ein feindlicher Titan. Alles klar, Kavit. Achtung, I am Sibona Titan. Ich möchte jemanden befördern. Und ich will jemanden? Ja, die Wahlwege sein wollen. Und jetzt tötet den Kerl. Jetzt kann ich endlich mal ein SRS. Lass ihn hier nicht sehen, raus. Ich hoffe, du hast mehr drauf als das. Hoffentlich auch für dich, Bruder. Halt ihn down. Wo ist denn der? Wieso ist der? You're no problem for me, bitch. Oh, der Richter ist da. Du willst gleich weglaufen wie ein kleiner Junge? Du willst gleich weglaufen wie ein kleiner Junge? Warte mal. Let's do this, you motherfucker. Facken. Sieger Fassung! Ruhig, bitte, ruhig, bitte. Ruhig, bitte. Da hin, da hin, da hin, da hin, ich will da hin, ich will da hin. Come here, you piece of shit. Losες! Ruhig, bitte, ruhig, bitte. FIGATRUS! 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 Ich brauche mein Soldatding. Ist er tot? Ein Huch auf BT! Pilot, ich empfehle Ihnen auszusteigen. Bin ich auch schon. Alle Systeme einsatzbereit. Grineer, los! Ja, Sir. Übertragungssequenz aktiviert. Es funktioniert. Signalstärke bei 25% und steigen. 60%, sieht gut aus. Gleich haben wir es. 80%. Maximale Signalstärke erreicht. Wir können jetzt senden. Datenstrom wird übertragen. Warte auf Antwort. Hoffen wir, dass da oben noch wer ist. Hopps! Hier ist Commander Sarah Briggs. Lauderdurkur der Miliz SRS. Identifizieren Sie sich. Commander Briggs, hier ist BT-7274. Protokoll 2. Mission fortsetzen und Flotte der SRS-Einheit informieren. Verstanden. Freut mich, dass ihr Jungs immer noch da unten seid. Wir empfangen gerade eure Daten. BT-7274. Laut Datenrekorder ist ein ursprünglicher Pilot im Kampf gefallen. Korrekt. Captain Tai Lestimoser wurde im Einsatz getötet. Ich bin jetzt mit einem Interimspiloten verbunden. Schütze Jack Cooper. Warte mal. Lass die Moser dich mit dem Schützen verlinkt? Ja. Er hatte keine andere Wahl. Ich verstehe. Wir werden dir einen qualifizierten Piloten zuteilen. Einwand. Cooper ist mein Pilot. Unsere Kampfeffizienz liegt mittlerweile bei mehr als 90%. Da bitte Verbindung beizubehalten. Ja. Wollte ich auch hoffen. Du hast Glück, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, BT. Erlaubnis erteilen. Juhu! Das ist großes Lob von einer Maschine Cooper. Das ist nicht eine Maschine. Das ist mein Titan. Wenn wir die Maschine verladen, konnten wir ihre Signatur zu einer IMC Basis hier auf Titan zurückverfolgen. Wir haben nicht viel Zeit. Gehen wir. Gott damnit. Das ist mein Titan ja. Nicht keine meine Maschine. Das ist mein Titan. Ich bin gespannt, wie geht es hier weiter geht. So, wir bleiben, wir sind jetzt erstmal zusammen. Nicht abstürzen, Süße, bitte nicht abstürzen, danke. Feuerprobe! Alle Herren, die IMC hat eine Faltwaffe entwickelt, die imstande ist, ganze Welten zu zerstören. Aber ohne ihre Energiequelle, die Lade ist dir wirkungslos. Wir müssen die Ladewerke, bevor sie die Luftwaffenbasis verlassen kann. Rorder Korps, Waffen entsichern! Drei Sachen für Titanfall! The fuck? Aber egal. Die Deckung hier, wir reißen die Wand ein. Vorsicht, wollen wir los! Wenn wir diese Kalon nicht ausscheiden, wollen wir nicht leeren, das Schiff ran! Windspielposition, wenn ihr bereit, alle Ecoline-Kapsen sind schon bereit. Ihr Commander Briggs, Feuer frei! Feuer! Feuer frei! Ich habe mich gerade hier nicht bewegt. Ja, jetzt können wir uns bewegen. Let's do this! What the fuck? 100 Titan. Wir haben hier Reefat. Ey, sieh, sie gehören ihn! Wir können ihn, sieh, 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 sieh. Wir müssen, wiekommt, die Hände auf dem Beinwerb! Wie ist es damit, wenn die Hände immer wiederentwärtert? Wir müssen die Hände, sieh, 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 sieh! Sieh, sieh! Wir müssen die Hände, sieh, sieh! Fäcker 6 zu sein, Schieke. Wir sind nicht heute nach Boden. Shit. Wir sind heute noch weiter los. Achtet auf feindliche Zeitpunkt. Gefesselt. Von was bin ich gefesselt? Wir sind nicht heute. Wir sind heute nach Boden. Sprechen Sie das Wieserlein. Da kommt mehr Einträcht. Wir bringen den Krieg zu ihnen. Weiter vormitt. Los, los, los. Fassi fertig, los, los. Beide, der Schiff kann jeden Moment ablehnen. wir sind gerade hart konzentrieren wo weiß man die batterie irgendwo sehr gut wir sind irgendwo erwischt nur nicht so einfach weil er mich da drüchten So, haben wir es jetzt? Das ist krass, ich kann sagen, es ist mega geil. Wo ist der? So, wo, wo, wo? So, wo, 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 wo? So, wo, 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 wo Warte mal ganz kurz. Titan Loadout. Komm mal her, ihr Motherfucker. Warte mal her. Warte mal her. Warte mal her. Be competant. Warte mal super. Warte mal her. Warte mal her. Warte mal her. Warte mal her. Von was? Autsch. Du warst besser. So, ich bin schon irgendwas attackiert worden. Du warst besser. Ja, das ist das. Das ist doch nicht so zu주는. Was ist denn das? die 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 du musst gerade mal weg gehen ich stehe noch gesinnt los 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 So liebe Leute, ich mache euch jetzt mal eine Folge im Break, ich bin gespannt auf die Zuschauer, bis zum nächsten Part von Titanfall 2, bis dahin haut rein und tschüss.